Mehrere tausend Arbeiter des öffentlichen Dienstes streiken am Donnerstag in Berlin, um mehr Druck auf die anstehenden Lohnverhandlungen auszuüben. Arbeiter aus Abfallentsorgung, dem Gesundheitssystem und Wasserversorgungsbetrieben gehen auf die Straße. Die Teilnehmer der Demo fordern eine bessere Reaktion der Regierung auf die hohe Inflation und die steigenden Energie- und Lebensmittelpreise. Organisiert wird der Protest von der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft, kurz Verdi. Vorsitzender Frank Wernecke macht seiner Frustration Luft. Und die Belastungen, liebe Kolleginnen und Kollegen, ihr wisst es selbst, die sind riesengroß. Denn da gibt es fast keine Unterschiede zwischen den Parteifarben und egal ob es der Bund ist, die Länder oder die Kommunen. Der öffentliche Dienst wird auf Verschleiß gefahren. Und zwar auf Verschleiß gefahren, sodass ihr es ausbaden müsst. Und das akzeptieren wir nicht. Wir stehen in dieser Tarifrunde auf für mehr Respekt für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Verdi fordert eine Gehaltserhöhung von 10,5 Prozent oder zumindest 500 Euro mehr für ungefähr 2,5 Millionen Arbeiter. Ein Teilnehmer der Demo hat kein Verständnis dafür, dass den Forderungen noch nicht nachgegangen wurde. Ich sag mal von dem, was jeder auch hat, halt fordern, dass wir da dementsprechend auch die Löhne anpassen. Ja, darum geht es. Ja und einfach auch, dass man nicht 100 Milliarden für einen Krieg sofort bereit hat. Und für den öffentlichen Dienst wird uns erzielt, dass kein Geld da ist. Die nächste Runde der Gehaltsverhandlungen ist am 22. und 23. Februar in Potsdam. Gestreikt wird bis zum Ende der Woche.